Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Isaac Afterbirth Heute mit dabei der Turrell Endlich mal wieder mit im Kanal Ich weiß gar nicht, war ich Bock mal? Ich bin noch einmal überlegen Ja das war noch als wir einen gemeinsamen Kanal der von Alex tot ist Der ist auf jeden Fall tot Aber ich guck mir immer noch so Videos an Ernsthaft? Ja Castle Crashers war eh best Das hat euch viel zu früh abgebrochen Ja, egal Wollen wir mal eine Challenge machen? Rauchen wir eins Was dazu sagen, er kennt noch gar nicht Afterbirth, also so gut wie jedoch gar nix Wollen wir die viele Limits? XXXXXX11 Ist alles da groß oder? Ich bin gerade überlegen Du Bomber oder Irule Sag du ne Zahl 7 Ich hab 3 gesagt 7 nur 3 gleich 5 also 25 Wollen wir sie Dein Ernst? Ja Okay Das war hart Mal schauen was jetzt ist Okay, man hat ein Leben Und 10 Hard Container Und was haben wir für Ja Das ist Isaac Und das ist Vampir Ich probiere Kills Ein halbes Leben Genau Ja Hier ist es aber easy Ich jetzt aber mal dann, wenn keine Herzen spawnen Ich Get Life Steal Get Life Steal Get Life Steal Achso, das ist ein Scoreboard Ja, ja, ich weiß aber gar nicht was passiert Wenn er bei 0 ist, will ich einfach mal testen Hier, das ist eine wiese Mini-Reine Wie ist das? Oh, wie ist das? Ah, ja, komm Ruf in ihn Die weibliche Macht des Pferdes Ich bin reif Ich bin reif Wieso gibt ihr meinen Schreif? Oh, das ist doch nur wie jeder sieht Ja Ja Kann sein, dass wir das auch umgeändert haben Und einige Items umgeändert Zum Beispiel hier Burg of the Lyle ist jetzt kein Äh... Ja, ja, das war dieses Bruch Der Mensch, äh, glaube ich noch doppelt dazu Das hat auch hier das große Erste Genau Das hat ja damals Bei Rebirth noch den Effekt gehabt Ähm... Dass du zu 100% auf ein Devil oder Angel Rune bist Ja Haben sie auch rausgenommen Das war auch ein bisschen zugegeben Wenn du 10 damage hast Lyle Gott, leg dem Aral Gott, leg dem Aral Gott, leg dem Aral Warte, Ball Oh cool Oh cool, ich muss ja auch direkt zu It lives oder was Mmh Erstmal den Embryonen töten Jo, ab in den Keller Ja Was war das? WTL Ja Jetzt sind viele Na hier geht noch rein gekommen Zum Glück haben wir keine Spawnrate Nee, ich bin so zufrieden 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 So, du 10 Und... Ey, jetzt gibt's doch Item Rooms? Scheiße, ich hab da nicht mal Item Rooms Hast du wirklich gedacht Ich würde das aufheben? Nein, du hast mir gesagt Ich sollte es selber nicht aufheben Also wäre ich schon Verwohnt bist Obst du denn so ein Haufen Scheiße? Ja, auf PSP kannst du das nicht gut gehandelt Weil du solltest sogar vertikal schießen Ja, kannst du ja hier quasi aufsteigen Ja, aber... Ich denkst du, ich kann das dazu gespielt? Ja Ja Das bringt uns gar nichts? Was ist die Krähe? Äh, wegen dem Rabboß hier Äh, wegen dem Rabboß hier Oh, kein Hauen Nein, da sag ich mir, der Hauen ist zu mehr Wart mal Nur das heißt, das kann die neue Postmusik Ja Ich find das ist richtig geil Das ist Halloween, das ist Halloween Halloween Hallo Na, komm schon mal Ich guck auf das was die 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 aus der die 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 treffen Ich kann das nicht hier einbekommen. Ist überhaupt ein Challenge, stellen wir die jetzt offen? Keine Ahnung. Oh! Oh mein Gott! GG! Pass auf, da ist vielleicht die weiße Spiel. Batterie! Nein! Aber ich muss... Was? Ja guck mal links. Oh mein Gott! Komm schon, schaffe ich das? Was bringt dir das? Ja... Einfaches Prinzip. Feuer muss gelöscht werden. Und... Kaboom! Hallo! Nein, das ist nicht gegen die Religion. Eigentlich gebraucht. Und... Das ist eigentlich die effizienteste Method, wenn du keinen Damage hast. Was sind das? Das sind Tumorviecher. Weil jetzt... Also es ist noch tankier als davor. Genau. Ist das ein Tumor am Kinn oder was? Das ist kein Tumor-Modal. Das ist ein Tumor-Modal. Das ist ein Tumor-Modal. Ich bin da eigentlich... Ich bin da eigentlich... Das ist ein Tumor-Modal. Ich bin da relativ geil designed. Wie viel... Wollen wir eigentlich jetzt viele Verschiede ins Auto-Modal? Oder... Ich glaube es da vor. 150... Boah, da muss ich jetzt mal noch 50 oder was? Ah, das war doch so gefährlich, wenn ich Backpacking nicht tun muss. Aber die Regenbogenkacke war geil. Hm. Was ist das? W ist schon. Ah, wo ist er? Oh mein Gott. Wieso schick? Wollt ihr mich verarschen? Hm? Best. Item. Ever. Will ich mich auch mal überdenken? Wie geht das dann? Naja. Was geht eigentlich? Naja, deine Effizienz ist... Das geht. Man muss anders zählen. Das darfst. Das war Item? Jo. Das zähle ich auch. Schön kuschelig. Komm. Komm. Gonna lick them all. Follow Bandages. Follow Bond, bitch. Yes. Licking back. Licking back. Nee. Nevermind. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, Afterbirth ist echt schwierig gemacht. Es ist wirklich Wrath of the Lamb, sozusagen. Das Spiel. Dreimal so schwierig gemacht. Kann man das verhältst du beim ersten Spiel? Ja. Ja. Der neu ist. Neu ist. Du verlierst. Oh mein Gott. Fall open. Gibt es da noch eine dritte Erweiterung? Es gibt ja noch eine vierte. Bei der dritten läuft er schon rum. Und bei der vierten läuft er schon rum. Und bei der vierten ist er richtig schwierig. Ich schieft Fett und Tank hier. Und macht damage. Okay. Kann nur die zweite entwickeln. Wow. Das hat sie allen legen. Oh. Jawohl. Ich bin auch ehrlich. Ehrlich. Weißt du was? No. Yes. Was macht das? Während Gegner in der Nähe sind, schießt er automatisch. Ja. 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 Links oder rechts? Links oder rechts? Da ist er weg! Ist das eigentlich ein Add-Onster oder was? Das ist das von Afterbirth? Das ist das von Afterbirth? Ja. Kannst du auch einschalten lassen? Oder geräuschen oder so weiter? Ja. Ich kenne das immer so vollstil wie man hier heißt. Also unter dem Add-Onster. Das ist auch immer ein Add-Onster. Das ist auch immer ein Add-Onster. Ja. Das kenne ich. Das habe ich auch immer. Äh. Nein. Ja. Ja. Ich hatte ja auch mit so ein paar Folgen Videos mal hochgeladen. Damit hatte ich auch die Aufgaben. Aber das kann ich noch nicht machen. Weil die eigentlich noch nicht eingebaut sind. Weil der eine Schaden doch nicht um ist. Das war der schaden oder meins? Das. Da ist auch der Schaden. Ja. Das was dann heisst. Aber das gutste ist bei dem Monstern müssen nicht mehr direkt vor denen stehen. Ja. Give me money. Ich glaube, er hat einen Schlüssel passiert. Die neue Busmusik ist geil, ne? Du kannst nur live halten. Ja, und schon mal live. Ich bin wieder voll. Was? Nein. Get patched. Das hat sonst immer Vollgas geholfen. Komm mal, du hast Brüste, die wabbeln. Eigentlich nicht. War das nicht Bloodback? Nein, nein, das hat... Bloodback hat, glaube ich, zwei oder drei Herzen geholfen. Ja, Chris hat bei einem vollen Herzen geholfen. Warte, was? Wollen wir das nicht wissen? Ich spüre die Vibrationen. Okay. Da, wo man es nicht haben will. Mhm. Ich habe noch was richtig geholfen. So. Ja, doch. Einfach im Handy. Ah, ich habe schon oft genug gemacht, dass... Auch da irgendwie so Sachen zum Beispiel bei Minecraft Ärzte sind am Fahrrad arbeiten. Hm. Was könnten wir an dessen machen? Handy, 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 Handy. Find ich hier eigentlich. Was bei Rimbled auch mal machen. Also... Ich würde sogar, wenn ich mit der Verlaufenbeugel machen soll. Von Rimbled mal in L.P. Sonst ist das, oder? Das ist lustig. Vor allem, also, wenn du eine gute Kommunik-Teater hast, die auch gesagt, was sollst du so bauen? Oder... Was sollst du irgendwie so... Allgemein dieses Spielverlauf hinter dem gestalten, als jetzt ist das immer so lustig. Was ist so... Ich spiele das jetzt für euch jetzt fast jeden Tag. Um erstmal das Spiel zu erkunden. Also ich habe irgendwie... Jetzt... 18 Spielstunden. Okay. Ich glaube erst nur 3% für kompletten Spiel erst gesehen. Okay. Da passieren so viele Sachen, wie du denkst, wie muss das sein? Die explodieren. Alles was schwarz ist explodieren. Du kennst auch diese schwarzen Totenschüttel, die... Die Totenschüttel... Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Boah. Der heilige Schuss. Hallo. Das war's. Was war's? Das sind deine Zauberballs, Alter. Ja, das war jetzt Klau. Alter. Ja. Das ist... Dieses eine Item hier. Dieser Hutter-Double... Ehm... Ehm... Einer gewittert habe. Sonst versuchen wir da alles. Du brauchst halt neue I-Sec mit Keldens. Ja, der muss sich komplett umgewöhnen werden. Das ist krass. Auf jeden Fall weiß man schon. Die Saiten hebt man nicht auf. Auf jeden Fall. Was? Ich. Achso, das war... Das war ein Holy Team. Ja. Holy Shit! Das ist ein bisschen nach links. Ja. Ich versuche einfach das hier. Dann gehen alle Automatsch weg. Wollt ihr mich verarschen?! Ja. Äh... Gimmie, Mann! Ich hätte geschrieben, wenn der Rommel so kommt. Aber die Items bleiben... Also... Die Standard-Items... Ja, ja, das sind nur neue Items, die zu hochkommen. Und halt einige wurden gefixte Säumel. Säumel ist useful. B eens. Ja, ich... 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 Ich hab immer alle Items auf,ür fatto und so weit, wo ich weiß, dass es negativ ist. Zäumel? Bei... Aber ich... Wenn wiffen sie sich schon von... Das ist echt nur-Hand... B degrees there. Er-Hand... Sie hätt nur, direkt diese Spinnnetze noch zu trinken müssen. Ist ja genau das gleiche. Äh... Nicht wirklich. Die Ich bin jetzt nahm wirklich so n... Was ist das hier? Würde ich jetzt auch fehlen. Ich bin nicht sicher, was das ist. S Schedtet! Nein, nein. Was ist das? Wot. Wof, ich darf jetzt alles dunkel. Du brauchst Batterien für die Leichtung. Warte, hat das eine Ausdeckung bekommen? Ooooh. Weiß ich, was ich mir denn vorstellen könnte? Ja, das ist für Cross of the Dark, wie so das ist. Unsicherweise Gegner. Brownie! Oh mein Gott. Brownie! Ich hab doch gesagt, das ist ein Lebschiss. Das ist ein Lebschiss. Oh mein Gott, nein. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, wenn das Lebschississpiel ab 12 ist. Ist es nicht? Der PSV steht am 16. Ich hatte mal gesehen, dass es ab 12 ist. Das ist ein guter Anleiss. Selbst der war schon ein bisschen abartig. Ich hab das Bisschenkeinnackten Jungen, der heulend von seiner Mutter wegsetzt, die ihn umbringen will. Weil Gott zu Kohlnern. voll gegen Reddy vor. Dingel! Der meint's ernst, der meint's ernst! Der Forst! Sieht auch der normale Dingel so aus, oder? Nein, nein. Damage! Damage! Yes! Es gibt halt noch den normalen Dingel, aber der hat sich quasi kaum verändert. Ich hasse den. Den kann ich nicht predikten, wenn der pfeift. Ich habe keinen Schmiss. Ich habe keinen Schmiss. Aber es kommt keine Damage. Ja, weil ich auch immer wieder Damage kriege. Weil ich ja Damage kriege. Wie kann ich denn Damage nicht? Die kriegst du zu 90% wenn du kein Damage kriegst. Das ist ein Mini-Diop-Fight. Das ist ein Mini-Diop-Fight. Du musst dich fahren. Ich habe mir da was neues gegeben. Das ist auch einfach mal ein neuen Film, ja? Ähm... Du kennst doch hier... die... äh... Gertie Junior. Ja. Boah. Den gibt es da als... äh... in der Mini-Version. Hier kommt der Knöpf hier. Hier kommt der Knöpf hier. Knöpf hier! Ich hause dich! Ist ja doch was Gutes, wenn du sagst, wie du hier ist. Ja, das ist ein anderes Ding. Ich habe auch von der Relaks-Ausweichung dabei geführt. Kannst du auch einfach aus dem Raum raus holen, dass ich... Ah, mach ich halt auch mit mir oder was. Ja. Für Leben braucht doch keiner. Näää. Ja. Auf jeden Fall sagen wir ja, ich werde hier runter gehen. Aber die Challenge ist cool. Ja, nur... Wenn wir erleben, verdient wir so ein Spiel. Ja, wird's. Wir brauchen nur einen Regenbogen-Kacka. Ja. Oder ein Akkader. Die Frage ist, ob überhaupt kein Herz ist vor. Ich glaube, wir sind drin, ne? Weil ja auch unter den Münzen... ... der Reals-Content ist jetzt immer, sie werden keine Herz ist vor. Das ist so ein Anferenbogen-Kack. Genau, ja, weil das ist nochets. Das ist nur ein Wow-Zack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack-Kack. wo ist meine Firmbedienung? ah hier ich muss mal ganz kurz hier was machen mein Bildschirm am ausgehen ja ich hab ja bei mir als Bildschirm für ein PC hab ich einen Fernseher komm schon da wird was gutes auskommen Wurf mit voller Heldpittel bitte pretty fly ich hab ja gesagt das war Wurf noch mehr Money noch mehr ich glaub der droppte kein Leben ich will aber ich will auch kein Leben ich will so eine Pille ich will eine full health Pille droppte das? die droppenpillen 2 pretty fly ja ich bin jetzt bei full weil ich ja noch den Ball of Banished habe ach so was geht da nicht? du kannst maximal 3 haben also 3 genau Orbit äh auch vorhin hier hier doch hier 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 das den Leisten. Ja. Aber... Ja. Jetzt, na? Ich bring sie, die werden sie glaubt. Hast du das gerade gesehen? Ja, ja. Warte mal, da oben ist Shop und Itemboon. Aufheben oder nicht? Full Retup. Hashtag Seumel. Schade. Das war, diesen Bomben, ne? ja das war ein vollhellfälle Bombs are Keys Bombs are Keys Mann der spricht das sogar an ja ja und ne Karte? Welche ist es? Devil ey das ist für ein Fall war das so schlecht du willst doch schon doppelter Magier oh mein Gott ey dieses Item ist so ein Haufen Scheiße oh das war ein Schuss Justice Mom Magician Magician und jetzt ist das bei Weeblech außer dass das ausgesprochen ist oder auch bei After Habitat ne das ist auch bei After Habitat komm Slowie Wurde gestorben Leben das leuchtet in die Auge hm hm setze ich doch neben dem Tor ja das kannst du dir nicht wenn die Hand rausdrucken kannst du hm 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 Einen von den... Was war? Schau, das ist easy. Oh mein Gott. Du musst den Knopf drücken. Oh mein Gott. Das war so unglaublich Hurensohn. Sowas Hurensohniges hab ich noch nicht ehrlich. You must push the button in order. Fuck. Na gut. Es reicht für eine Folge. 25 Minuten circa. Yes. Good. Über die Tage sehen wir uns heute nächsten Mal. Bis dahin. Hasta la vista. Adieu. Au revoir. Etc. Und bis bald. Bye. Taste nice.